Herzlich willkommen bei Photemia TV, Ihre Spezialisten für die Bereiche Foto, Video und Multimedia. Und schön, dass Sie sich für die Canon EOS 50D interessieren, die digitale Spiegelreflexkamera für den anspruchsvollen Anwender, für den semiprofessionellen Bereich. Mit 15,1 Megapixel natürlich eine wunderbare Auflösung, Prints im Posterformat oder Ausschnittvergrößerungen, alles kein Problem. Die Kamera hat den CMOS-Sensor eingebaut im APS-C-Format, das heißt wir sprechen hier von einer Brennweitenverlängerung von 1,6 100 Millimeter ergeben also 160 Millimeter mit dieser Kamera. 6,3 Bilder pro Sekunde löst die Kamera im schnellsten Modus aus, wenn Sie also Sport- oder Actionaufnahmen machen wollen. Kein Problem, Finger auf den Auslöser und Sie hören schon 6,3 Bilder pro Sekunde und bis zu 90 Bilder in Folge ist mit der Kamera möglich. Der Digic 4 Prozessor, der eingebaut ist, hat eine 14-Bit-Farbtiefe, das heißt die Kamera ist zusätzlich dazu. Natürlich noch ganz besonders schnell einsatzbereit und hat ein sehr gutes Rauschverhalten bei schlechtem Lichtverhältnissen. Der ISO-Bereich ist auch besonders groß, bis zu 12.800, das heißt natürlich auch gute Aufnahmen bei schlechtem Licht mit der Canon EOS 50D. Überhaupt kein Problem. Wir kommen jetzt zu dem Monitor, der ist 3 Zoll groß, hat 920.000 Bildpunkte, das heißt natürlich, wenn die Sonne also drauf scheint, können Sie immer noch alles optimal erkennen. Dazu haben Sie einen großen Betrachtungswinkel, wenn Sie von der Seite schauen oder wenn Sie von unten schauen, alles kein Problem, Sie können alles immer noch optimal erkennen. Live-View-Modus, Sie sehen es gerade, hat natürlich die Canon EOS 50D auch. Das heißt auch im Live-View-Modus dann Autofokus und gleichzeitig auch Gesichtserkennung, gehört ja heute auch automatisch dazu. Dann haben wir 9 Autofokus-Messfelder, die sind einzeln anwählbar, das heißt den Bereich, den Sie fokussiert, autofokussiert haben möchten, den können Sie anwählen und die Kamera stellt diesen dann automatisch für Sie scharf. Wenn Sie die Kamera abschalten, macht sie sich automatisch sauber, das heißt sie hat also eine automatische Sensorreinigung und kleine Verschmutzungen gehen also dann auch direkt weg und die Kamera ist dann beim nächsten Einschalten natürlich wieder optimal einsatzbereit. Die Canon EOS 50D, die Kamera für den anspruchsvollen Anwender, natürlich bei uns zum Bestpreis unter www.fotemia.de